Hey Freunde, viel Spaß mit dem neuen Minecraft-Video und jetzt kann es auch schon losgehen. Freunde, heute wird es absolut abgefahren. Wir werden die anderen in der Stadt als Hagiwagi trollen. Das wird mega witzig. Dafür müssen wir nur den verbotenen Hagiwagi, äh, wie heißt das? Hagiwagi, Hagiwagi Mod installieren. Das wird mega cool. Okay, wir laufen jetzt mal hier lang. Und, oh Gott, da ist Ekeline. Äh, oh Gott, hallo. Äh, ich gehe nur spazieren. Ähm, na, 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 na. Sie darf nicht sehen, wo ich lang gehe. Sie darf nicht sehen, wo ich lang gehe. Okay, Leute, das wird wirklich absolut witzig. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um am Ende zu sehen, wie witzig das Ganze noch wird. So, kommt mit. So, Ekeline sieht uns nicht, wenn wir hier lang gehen. So. Wir müssen nämlich hier in diese Richtung zum neuen Stadtviertel. Ähm, ich glaube, man muss aber nur diese Straße hier folgen. Leute, das wird mega cool. Schaut unbedingt das Video bis zum Schluss. Wir werden wirklich jeden Trollen, den wir sehen, so hier in der Kirche entlang. So, und jetzt entweder hier runter oder hier lang. Ich weiß es gerade nicht. Ene, mene, muh und raus bist du. Also hier lang. Okay, wir gucken mal, ob wir hier richtig lang gehen. Und ja, da vorne sieht es richtig aus. Da ist das Gebäude. Leute, wir haben es gefunden. Bevor wir jetzt aber in den, ins Gebäude gehen, in dieses Haus und den Mod anprobieren, ausprobieren. Äh, abonniert als erstes den Kanal. Drückt rechts daneben auf die Glocke, um ein Teil der Icky-Army zu werden. Der besten Army auf ganz YouTube. Und gebt danach dem Video einen Like, also einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne etwas in die Kommentare, damit ich euch grüßen kann. Okay, wir haben genug gequasselt. Jetzt wird es Zeit, hier reinzugehen. Übrigens, danke für die letzten Kommentare im letzten Video. Das war absolut krass. Wir haben, glaube ich, über 200 Kommentare nach einem Tag. Und ich habe sehr vielen Kommentaren ein Herzchen gegeben. So, genug gequasselt. Rein da. So, mal gucken erstmal. Ist es das Gebäude? Das sieht so aus, als wenn es das wäre. Okay, wir gehen rein. Und, huch! Was ist das denn? Yo. Wo sind wir hier? Wir sind hier in so einem Hagiwagi-Haus. Poppy Playtime. Das ist Hagiwagi, Leute. Schaut mal, da ist er. Okay. Wie es aussieht, sind wir richtig. Und warum ist hier eine Mikrowelle? Ähm. Ja. I don't know. Ich weiß nicht. Was haben wir machen, Leute? Sollen wir diese Mikrowelle mal benutzen oder so? Oder kann man die vielleicht abnehmen? Die kann man hier nicht runternehmen. Die ist stark. Warum hätte ich überhaupt so viele Hagiwagis? Okay. Passt auf, Leute. Gebt dem Video jetzt ein Like. Die ganze Ikea. Und wir gehen jetzt hier in diese Mikrowelle rein. Wir benutzen die jetzt. Okay. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ich glaube, es funktioniert. Wow. Du meine Güte. Was ist denn mit mir passiert? Ich sehe aus wie Hagiwagi.exe. Oh nein. Oh no. Schaut mal. Ich sehe ja richtig gruselig aus. Okay. Wir gehen mal hier raus. Alter Falter. Yo, der Vollmond. Was geht ab? Es ist mitten in der Nacht. Leute, es ist die perfekte Zeit, um die anderen in der Stadt zu trollen. Okay, passt auf. Wir gehen jetzt... Leute, wen sollen wir trollen? Den alten Jenkins? Ikeline? Mario? Ihr könnt es jetzt entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe richtig Bock, den alten Jenkins zu trollen. Der ist alt und lustig. Oh Gott. Wenn ich den erschrecke, der wird komplett ausrasten. Das wird so witzig. Okay, komm. Okay, 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 okay. Wir gehen jetzt hier in das neue Stadtviertel. Denn der alte Jenkins hat hier dieses ultra große Haus gekauft. Ich habe keine Ahnung, wo er das ganze Geld her hat. Aber da vorne ist sein Haus. Okay. Sollen wir uns in der Garage wenden? Nee, ich habe eine Idee. Ich muss irgendwie reinklettern. Wartet. Und so. So. Ich kletter durch den Garten. So. Okay. Kann man hier durch den Garten gehen? Geht das? Ja. Wir sind am Intereingang. So, ganz vorsichtig. Der alte Jenkins ist nicht da. Okay. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wir gucken jetzt mal, was der alte Jenkins macht. Ist er zu Hause? Nee, es ist niemand zu Hause. Die Tür ist auch noch offen. Wir können reingehen. Nee, es ist keiner zu Hause. Soll ich mich hier bei der Tür verstecken? Nee, ich gehe hoch. Ja, ich verstecke mich oben. Das wird so witzig, Leute. So. Hier irgendwo müssen wir uns... Oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nochmal. So. Und wir verstecken uns jetzt hier oben. Und dann werden wir den alten Jenkins trollen. Und wieder dran machen. Und wieder dran machen. Und wieder dran machen. Und so. Und wieder dran machen. 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 Ja. Und wieder dran machen. Hallo? 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 Hä? Hä? Was macht denn das Bett so weit da unten? Gute Nacht! Moment mal! Hä? Ich will aber nicht schlafen! Ich muss noch aufs Klo! Schon wieder ein Geräusch gehört? Von da irgendwo? Vielleicht guck ich mal hier! Ist hier niemand? Hä? Schön schrubb, 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 schrubb! Schön die Hände waschen! Hä? Okay, wir gucken mal unten! Hä? 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 Von da kommt ein Geräusch! Hä? Ah! Ich bin Huggy Wuggy und ich spresse dich auf! Lauf um dein Leben! Hahaha! Ah! Ah! Hilfe! Ah! 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 Lauf um dein Leben! Ah! Lauf um dein Leben, alter Jenkins! Ah! Wie geil war das denn? Wir haben den alten Jenkins sowas von fertig gemacht! Das war so geil! Leute, gebt mal dem Video unbedingt ein Like! Und jetzt erschrecken wir noch eine Person! Wer das sein wird? Tja! Schaut einfach bis zum Schluss! Wir gucken jetzt, wen wir als nächstes erschrecken! Ähm! Okay! Ich muss hier schnell weg, bevor der alte Jenkins noch kommt mit einer Pistole oder so! Okay! Wir erschrecken jetzt den nächsten am Feld! Am Feld ist es immer lustig! Los geht's Leute! Scusi! 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 Alles hier mitnehmen! Okay! Alles hier zusammengefegt! Ach! So viel Arbeit! Und jetzt wieder zurück zum Feld! Gleich ist Feierabend! Feierabend! Oh! Der Vollmond scheint sogar! Wer arbeitet um diese Uhrzeit? Ich sollte extra Stundenlohn bekommen! Ah! Hühedera! Ok! Skusi! 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 Ok! Jetzt muss ich hier alles ablegen! Rbolt! Oh! Skusi! Ist hier jemand? Scusi, Scusi, Scusi. Hallo? Scusi. Hier bin ich noch nie gewesen. Scusi. Hallo? Ist hier jemand? Scusi, Scusi, Scusi. Scusi, Scusi, Scusi. Scusi. Das ist nur eine Vogelscheuche. Scusi, Scusi, Scusi. Scusi, Scusi. Huch, was ist das da unten? Hä? Hä? Was ist das denn? Huggi, Huggi. Da, lauf um dein Leben, Mario. Lol, wir haben ihn auch erschreckt. Das war ein toller Erfolg, Freunde. Wir haben alle erschreckt in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Drückt rechts daneben auf die Glocke, um ein Teil der E-Germits werden. Das würde mich mega freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Video. Es wird wieder genauso cool wie das hier. Also unbedingt vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.